Ach du heilige Bockwurst, die Bethesda Community steht Kopf, lauter Influencer am durchdrehen, Reddit ist am durchdrehen, denn es sind zu Starfield zwei neue Screenshots, beziehungsweise die ersten zwei Screenshots aufgetaucht und man ist momentan natürlich am spekulieren, ob es sich hierbei um Fake-Infos handelt oder um wirkliche Fotos und natürlich hat die Community auf Reddit auch sehr viel darüber diskutiert. Ich habe das Ganze mal so ein bisschen zusammengefasst, habe mir auch meine eigenen Gedanken ein bisschen dazu gemacht und wir werden uns jetzt diese beiden Screenshots natürlich angucken und dann auch dementsprechend rausfiltern, was alles dagegen spricht, dass es ein Fake ist, warum diese Screenshots wohl der Wahrheit entsprechen könnten. Das Ganze ist natürlich alles keine, ja keine hundertprozentige Garantie, ja es kann natürlich auch sein, dass sich da irgendwie ein Fanboy übelst fett die Mühe gegeben hat, um irgendwelche gefakten Bilder darzustellen. Man weiß es nicht, man weiß es nicht, wir werden uns das Ganze mal angucken, wir werden das Ganze analysieren, warum es kein Fake ist oder was dafür spricht, dass es kein Fake ist und dann natürlich auch davon ausgehen, wenn es denn wirklich Screenshots vom Spiel sind, werden wir da auch mal gucken, welche Mechaniken haben wir drin, was verrät uns was, machen wir alles, überhaupt kein Thema. Das Ganze basiert natürlich auf einem Reddit-Beitrag, welcher nach deutscher Zeit heute Nacht erst erschienen ist und dort wurden halt wie gesagt in dem Future Game Leaks vor Starfield, dort wurden dann halt dementsprechend diese beiden Screenshots gepostet. Ich werde euch den Reddit-Beitrag auch mal unten in die Kommentare, in die Videobeschreibung reinpacken, dann könnt ihr euch das selber auch nochmal angucken und der erste Screenshot, den wir zu sehen bekommen, das ist dieser hier. Ja, was spricht jetzt dagegen, dass es hier ein Fake sein könnte? Nun, Third-Person ist ja natürlich so eine typische Sache für Fallout, dass man in die Third-Person gehen könnte. Das hat gut gedeutscht, mein Lieber. Dann auch dieser ganze Flair von dieser Art und Weise, wie dieser Screenshot gemacht ist, das erinnert natürlich an frühere Spiele. Diesen ganzen Flair, den dieses Spiel oder dieser Screenshot versprüht, ja, diese Atmosphäre, dieses gewisse Etwas, das spricht auf jeden Fall sehr, sehr stark für Bethesda. Ja, also, dass es wirklich ein Bethesda-Game sein könnte. Was natürlich auch sehr interessant ist, ist, wenn man jetzt zum Beispiel sich den Trailer einmal genau anguckt, dann sieht man in diesem Trailer diese Raumstation. Das ist natürlich nicht viel, was man da sieht. Allerdings finde ich jetzt, dass man das so vom Style her, von der Engine und von der Farbgebung doch sehr, sehr gut, dass es sehr gut dazu passt. Ja, wenn man jetzt diese Raumstation oder diesen Satelliten oder was auch immer man da in dem Trailer von Starfield sehen kann, mit diesem Astronauten vergleicht, es passt einfach gut zusammen vom Setting her, vom Look her, ist das alles natürlich eine feine Sache. Was spricht noch dagegen, dass es ein Fake sein könnte? Wenn man sich das Schulter-Patch einmal genauer anguckt, dann sieht man, das ist ein Logo. Ja, ein Logo hier unten ist so ein Planet und dann geht das da so raketenförmig so nach oben, würde ich jetzt fast behaupten. Und im Trailer selber, wenn ihr euch den Trailer mal genau anguckt, ziemlich am Anfang noch bevor die Raumstation zu sehen ist, sieht man unten links in der Ecke ein Sternenbild. Constellation soll das Wort anscheinend heißen und dort ist am Anfang von diesem Wort auch ein Logo in diesem Wolken-Sternen-Bild, was auch immer das sein soll, ein Logo vorhanden und dieses Logo ähnelt natürlich sehr dem Patch auf der Schulter des Astronauten. Und das sind halt solche Indizien, die dafür sprechen, dass es wohl ein realer Screenshot sein könnte und kein Fake. Was natürlich gleich auffällt, ist so ein bisschen, es sieht anders aus als die ganzen Fallout-Teile, so von der Engine her. Und ich meine, ich bin jetzt kein Developer, ich persönlich kenne mich mit Engines überhaupt nicht aus. Ich kenne einige Engines, ich kenne die Unreal Engine, ich kenne Unity, ich kenne Snowdrop, ja, da gibt es ja die verschiedensten Engines. Aber ich persönlich könnte jetzt nicht unterscheiden, welches Spiel mit welcher Engine gemacht wurde. Ich kenne zwar einige Engines, ich kenne auch einige Spiele, welche mit gewissen Engines gemacht wurden, aber unterscheiden könnte ich die jetzt nicht. Allerdings gibt es da draußen einige Leute, die das wohl anscheinend können und die sagen, das Spiel sieht auf jeden Fall extrem nach Unreal Engine aus. Ist natürlich die Sache, ist es nun Fake oder nicht Fake, darüber kann man jetzt natürlich diskutieren. Ich meine, es gab schon mal einen YouTuber-Streamer, wer auch immer, der an einem eigenen Spiel gearbeitet hat und dann eine Gameplay-Demo hochgeladen hat und die dann als Starfield-Gameplay-Demo verkauft hat, nur um sein eigenes Spieleprojekt zu promoten. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Bilder, ich habe ja noch ein zweites Bild für euch, dass diese Bilder keine Fake-Bilder sind. Gehen wir mal davon aus, die sind real. Dann lasst uns doch mal angucken, was man auf diesem ersten Screenshot denn überhaupt schon alles in Erfahrung bringen kann. Und zwar haben wir eine HUD und zwar links unten in der Ecke haben wir eine HUD-Anzeige und die zeigt uns an O2 und CO2, also das ist quasi Sauerstoff und CO2. Das ist dieser halbrunde Bogen da unten. Das bedeutet also in meinen Augen, dass man doch Luft atmen kann in seinem Raumanzug und diese Luft wohl auch mit der Zeit verbraucht. Das Ganze sieht für mich so aus, so ein bisschen, also ich weiß ja nicht, in welche Richtung das gehen könnte, aber ich habe so die Vermutung, dass man sich einige Mechaniken aus Star Citizen vielleicht abgeguckt hat. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man wie in Star Citizen mitten im Weltraum vielleicht sogar sein Raumschiff einfach anhalten kann und aus dem Raumschiff aussteigen kann und durch den Weltraumfliegen um sein Raumschiff herum vielleicht eine Weltraumstation, die im Weltraum schwebt, dann betreten kann und so weiter und so fort, ohne dass man da andocken muss, sondern man fliegt dann einfach rüber. Das habe ich ja in Star Citizen ja auch schon oft gemacht, das geht dort, das ist wunderbar. Könnte ich mir vorstellen, dass man sich da irgendwie so ein bisschen was abgeguckt hat. Man sieht natürlich auch, es soll wohl das, wo das G ist, dieser Strich nach oben mit diesem Pfeil, das soll wohl eine Gravity-Anzeige sein, also Gravitation, wie hoch ist die Gravitation, ja, Gravitation, je weniger Gravitation, wenn du einmal springst, umso höher fliegst du, auf gut Deutsch gesagt. Ja, und dann gibt es da wohl noch eine, man vermutet stark, dass es sich um eine Tag und Nacht oder um eine Planetenanzeige handelt, was Tag und Nacht angeht. Ja, weil da kommt ja dann auch die Sonne um den Planeten herum. Ist aber alles reine Spekulation, aber dennoch sehr interessant. Ich persönlich würde es wirklich feiern, wenn man später in Starfield, jetzt hätte ich schon fast Star Citizen gesagt, wenn man in Starfield hinterher wirklich im Weltraum sein Raumschiff anhalten kann und einfach aussteigen kann, um Stationen zu betreten und, und, und. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Was ja natürlich auch wieder dafür spricht, für diese Theorie, ist natürlich auch das Jetpack, was der gute Herr da hinten auf dem Rücken drauf hat. Wenn wir natürlich rechts unten gucken, dann sieht man natürlich auch, dass viel geballert werden kann anscheinend, denn wir haben eine Waffenanzeige, wir haben eine Munitionsanzeige, ich weiß nicht, dieser weiße Punkt, ob das Magazine sind oder ob das Granaten sein sollen. Auf jeden Fall gibt es auch eine Gesundheitsanzeige und eine Stamina-Anzeige. Stamina ist halt eben die Ausdauer. So, dann kommen wir zum zweiten Screenshot, welcher da veröffentlicht wurde und der sieht so aus. Auch sehr interessant, ein Raumschiff wurde geleakt und das erinnert mich ja doch schon auch so ein bisschen an die Outer Worlds. Sehr, sehr interessant, auf jeden Fall kein, kein so richtig hochpoliertes Raumschiff, sondern wirklich so ein bisschen, so ein bisschen vergammelt, möchte man doch schon sagen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man sich vorne das Cockpit anguckt mit den Glasscheiben, ist das wirklich so, das komplette Cockpit in der Originalgröße, klappt das dann auf und man setzt sich rein? Oder, was ich auch sehr interessant finde ist, wenn man sich jetzt die Seite mal genauer anguckt, da wo ich jetzt die grünen Pfeile hingemacht habe, das sieht für mich persönlich so aus, als wenn das Eingänge wären. Also eins von beiden könnten irgendwie Eingänge sein von diesem Raumschiff. Ich würde es auf jeden Fall hart feiern und sieht für mich so ein bisschen aus, als würde man diese Raumschiffe, so wie in Star Citizen, auch zugänglich machen. Also, dass man mit seinem Charakter an sein Raumschiff rangeht, dann vielleicht eine dieser Türen öffnen muss, in sein Raumschiff reingeht und dann zum Cockpit vorlaufen muss und auch während dem Flug vielleicht im Raumschiff rumlaufen kann oder wie auch immer. Könnte ich mir fast vorstellen, ist aber natürlich nur reine Spekulation und was da natürlich an der Sache dran ist, das wissen wir nicht. Allerdings wurde bisher auch noch nicht von Bethesda oder seitens Microsoft in irgendeiner Form bekannt gegeben, dass es sich hierbei um Fake News handelt oder oder oder. Bleibt abzuwarten. Ich denke mal, wenn... Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn das wirklich Fake News sind mit diesen Screenshots, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Bethesda bekommt das mit und sie reagieren drauf und sagen, hey, das ist nicht von uns, das hat nichts mit Starfield zu tun, ist nicht unser Ding. Ja, das wäre die erste Möglichkeit. Oder die zweite Möglichkeit wäre natürlich, dass sie nichts sagen und sich denken, ja, das sind zwar Fake News, aber lasst doch die Leute mal ein bisschen über unser Spiel reden, ist natürlich auch eine gute Promo für uns. Man weiß es halt nicht. Bleibt abzuwarten, ob da eine Reaktion von Bethesda auskommt oder nicht. Ich persönlich würde es feiern, wenn das wirklich Starfield wäre, wenn das wirklich so aussieht. Ich freue mich auch schon so ein bisschen auf Starfield. Man spekuliert natürlich auch, wann soll das Spiel kommen. Vielleicht 2021. Die anderen sagen, nee, das wird erst 2021 irgendwie announced für 2022 auf der E3 oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Ich persönlich freue mich auf jeden Fall darauf, mehr von Star, äh, Star Citizen, von Starfield zu sehen. Und, ähm, ich hoffe ihr auch. Was haltet ihr von diesen Leaks? Denkt ihr, dass es Fake? Denkt ihr, dass es, äh, könnte Real sein? Freut ihr euch so ein bisschen auf die Mechaniken? Was denkt ihr darüber? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und in diesem Sinne danke ich euch natürlich jetzt recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Guten Loot. Macht nicht zu viel Blödsinn. Wir sehen uns im nächsten Video. Servus Le und ciao. Wir sehen uns im nächsten Video.